Die Oberfläche von diesem Workspace ist komplett anders als das vorher bei dem Gerät war. Jetzt sieht die viel moderner aus und Möglichkeiten bestehen zum Beispiel mit Track und Drop bestimmte Funktionen auszuführen und das erleichtert natürlich das Arbeiten insgesamt. Jetzt ist es viel einfacher und schneller die neuen Sequenzen daran zu planen. Ich würde sagen MR Workspace, ist ein Tool, um die Arbeit am Gerät besser durchführen zu können und einfacher. Selbst ich, der ja nicht so eine intensive Einarbeitung wie meine Mitarbeiterin hatte, komme mit dem System klar, weil viele Dinge sich einfach von selbst erklären.